Ich komme frisch aus der Dusche und dachte mir, alles zur Ubisoft Forward. Es gibt bei mir Twitch-Drops, es gibt ein Giveaway von über 10 Dingen und was es noch an Inhalten geben könnte, bleibt dafür auf jeden Fall am Schluss. Liebe Leute, mein Name ist Frank Nath, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Open-World-RPGs wie Assassin's Creed, The Witcher, aber auch Open-World-Games wie Far Cry. Bleibt mega gern mit einem Abo mit dabei, falls es noch nicht geschehen. Ja, zur Ubisoft Forward, da gibt es jetzt ein paar neue Dinge, die ich jetzt verkünden darf und außerdem einen Trailer. Ich würde sagen, erst gucken wir uns nochmal kurz den Trailer an, den es schon ein bisschen länger gibt, zur Ubisoft Forward, dann so ein bisschen aufs Zeitliche und dann nochmal was Richtung Giveaways und Twitch-Drops, die es bei mir geben wird, darf ich jetzt offiziell tatsächlich verkünden und ich würde sagen, wir starten hier einfach mal rein in den klassischen Trailer zur Ubisoft Forward. Am 12. Juni ist es soweit. Und zwar zur Abendstunde, wir starten den Stream um 19 Uhr. Das Ganze wird eine recht ausgedehnte Veranstaltung. Um 21 Uhr, seht ihr jetzt hier, ist tatsächlich der Hauptteil. Aber ich denke mal, erfahrungsgemäß gibt es da immer noch so einen Pre-Stream und wir schauen da dann, wie gesagt, schon vorher rein, bereiten uns vor, was könnte kommen. Far Cry kommt natürlich, das ist klar. Assassin's Creed, da haben wir es gerade gesehen. Dazu wird es was Neues geben. Wir haben auch hier dieses Bike-Spiel gesehen. Dazu wird es sicherlich dann in der Art vielleicht auch was geben. Ich glaube, Trials heißt das Ganze. Da sind sicherlich für jeden Games dabei. Auch Autos hat man hier gesehen. Vielleicht geht es so Richtung The Crew. Was genau passiert, das ist noch nicht bekannt. Also man kann derzeit nur anhand dieses Trailers hier mutmaßen, was es an exaktem Content geben wird. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall Far Cry, Assassin's Creed. Also ansonsten, ich glaube ganz ehrlich, dass wir zu Skull & Bones nichts sehen werden. Schade, hätte ich mega Bock drauf, aber ich glaube das nicht. So gerne ich es würde und auch zu anderen schönen Spielen, aber das ist nicht der Fall. 19 Uhr geht es bei uns los hier auf dem Kanal, beziehungsweise natürlich auf Twitch. Und ich habe es gesagt, Twitch Drops, die wird es bei mir geben. Und ich zeige euch mal kurz, was es geben wird. Und dafür gehe ich hier mal kurz in ein legendäres Foto. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das sind die Dinge, die ihr hier bei mir kriegen könnt auf dem Twitch-Kanal, twitch.tv.com. Wenn ihr 15 Minuten schaut, ein Rainbow Six Extraction. Und das deutet natürlich auf das neue Rainbow Six hin. Das wird dazu was in der neuen Ubisoft Forward sehen. Ein VIP Keycard Charm. Und ja, diese Charms, die sind schon bekannt aus Rainbow Six Siege. Wer das spielt, der wird damit was anfangen können. Wer nicht. Ist halt eine kleine In-Game digitale Dingsbums zum Anhängen. Ja, so Charms halt. 30 Minuten schauen, du kriegst ein Riders Republic T-Shirt. Lässt natürlich auch darauf schließen. Okay, Riders Republic könnte auch auf jeden Fall was zu kommen. Ich hätte eigentlich auch was mit Far Cry gehofft. Aber eins sei gesagt, Ubisoft Forward ist ja ein fortlaufendes Programm. Wie geht's weiter und das kann auch sein, dass es demnächst wieder eine exklusive Ubisoft Forward nur zu Far Cry gibt. Vielleicht auch mit Far Cry 6 Drops. Das ist nicht ausgeschlossen, nur weil es das jetzt hier nicht gibt. Außerdem Rainbow Six Siege in der Post-Show, also nach der Hauptshow 15 Minuten gucken. Und du kriegst ein Rainbow Six Golden Fan Charm. Also wer da noch ein paar Drops abstauben möchte, der sollte jetzt schon mal auf Twitch reinschneiden bei mir. Auf twitch.tv. Würde mich freuen, wenn ihr da ein Follow da lasst. Und noch eine weitere Sache müsst ihr allerdings machen. Und zwar euch auf drops-register.ubi.com anmelden. Das Ganze sieht dann nämlich so aus. Hier die Ubisoft Drops Seite. Verknüpfe dein Konto, füge eine Konsole hinzu und dann geht's ab in die Belohnungen. Wie gesagt, Drops Ubisoft einfach mal eingeben. Ich probiere das zu verlinken. Ich hoffe, dass ich dran denke und euch dann da eben noch damit mit dieser Information ausstatten kann, wie ihr dann letzten Endes wirklich an die Drops kommt. Ja, außerdem habe ich noch ein großes Giveaway. Und das wird auch nur auf Twitch stattfinden über einen Bot, der das dann ganz so auswertet. Ihr braucht eigentlich, ihr müsst mir nicht folgen. Ihr braucht nur ein Twitch-Account, müsst was in den Chat schreiben. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr mir folgt. Ist aber auf keinen Fall Pflicht. Und der kann das dann automatisiert auslosen. Es gibt 10 Keys für Ubisoft Titel, die ich an euch rausgeben darf. Plus noch solche Figürchen von Assassin's Creed Valhalla. Ja, bin ich mal gespannt, ob er reinschneit, ob er vielleicht was gewinnt. Ich verschicke euch das dann. Freue ich mich auf jeden Fall, da ein bisschen was an euch weitergeben zu können. Danke an Ubisoft, die mich hier mit 10 Spiele-Keys plus eben noch ein paar In-Game, nicht In-Game, Real-Life-Goodies ausstatten. Ich glaube, das haben wir alles. Also Timing steht, Drops stehen, Gewinnspiel steht. Ihr wisst, was in etwa vorkommen könnte. Ja, und eigentlich bleibt nur zu sagen, wir freuen uns drauf. Das Ganze hier mal wieder recht spontan und ungeschnitten. Ich freue mich aber auf dieses wilde Wochenende. Wer auf meinem Kanal vorbeigeschaut hat, sieht schon, da sind echt viele Streams geplant. Und noch weitere, die da nicht stehen. Mal gucken, ob wir das alles so durchstehen und ob das alles so stattfindet. Ich hoffe es doch. In jedem Fall, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Würde mich freuen, euch auf Twitch zu sehen. Das wäre wirklich legendär. Und in diesem Sinne, bis später. Euer Peter. Und natürlich hier nochmal die Glocke. Das wäre nice. Danke fürs Einschalten und Tschüss. Liebe Leute, mein Name ist Fragknath und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragknath. Bis später. Euer Peter. Warum natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Warum natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Warum natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und mein Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren. gern harmonieren.